Nennen Sie ein besonders farbenprächtiges Tier. Hasseln! Hasseln! Nennen Sie ein Tier mit Geweih. Hasseln! Hasseln! Nennen Sie etwas, mit dessen Hilfe Sie schwimmen können. Ja, halt zur Straße mit, ja? Cash machen auf der Straße. Ha! 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 Dann willst du dich das gar nicht trauen. Schwirme auf Aldi. Ich bin eigentlich bei einer Freie in die Evo-Kirche gequetscht gelacht worden an den Stimmban. Aber ich finde es natürlich keine unbekannte Person, die sagt das wirklich. Ich finde es zu frei.